Es ist sehr nett, dass sie mich abholen. Mach ich immer gerne. So, wir wären dann da. Die Kate erzählt ihr. Die zeigt ihr dann mal den... hier den ganzen Hof. Und ja. Das machen eigentlich... macht sie immer ganz gut. Und hier steht immer das Auto. Und ja. Ich bin dann auch mal weg. Tschüss. Hello, what's your name? Ähm, Danica. Ah, okay. Oh, hi. Du bist Danica, stimmt's? Ja, bin ich. Yes. Ähm, ja, okay. Hier, das ist Kate. Sie spricht Englisch. Ja, ich wollte gerade fragen, aber ich kann kein Englisch. Oh, ja. Aber Kate ist ziemlich nett. Ähm, Kate versteht Deutsch. Aber sie kann kein Deutsch. Ähm, sie kann nur Englisch. Wenn sie ihr eine Frage stellt, antwortet sie halt auf Englisch. Ja. Also, ja, das ist Kate. Sie ist ziemlich nett. Hier, hier. I love horse. Ja, sie liebt Pferde. Ich auch. Ja. Ja, dann zeig ich dir mal hier alles. Okay, okay. Also, da hinten ist meine beste Freundin Maya. Hey, Danica, ich bin Maya. Hi. Also, da ist Maya. Hier ist der Schulpferdestall. Ferrero ist gerade nicht drin, weil er gerade geritten wird. Äh, es sind Rina, Kentucky, Nelly, Flocke, Gimli, Nero und Ferrero drin. Und, ja, da bekommst du auch noch ein Pferd. Die Angie gibt dir gleich eins. Die Flocke kriegst du. Und, ja, dann gehen wir mal rein. Oh mein Gott, eine neue? Das geht ja mal gar nicht. Komm weiter. Hey, sei nicht so gemein zu Spirits. Das ist mein Pferd. Ja, ja, ja. Aber mein Pflegepferd. Puh. Äh, so, sorry, das war Marie. Sie ist etwas zickig manchmal. Äh, habe ich schon gemerkt. So, da hinten, da ist, äh, das kleine Häuschen zum Ausruhen. Äh, okay. Da ist die Futterkammer. Äh. Da ist der Reithalle, äh, die Reithalle. Und so ein kleiner Baum. Äh. Dann kommt man hier so hoch. Da sind, da sind zwei Pferde. Einmal hier die Sally. Sie hat gerade sowas komisches dran, weil sie wird gleich geritten. Ihr Fohlen-Schoko. Okay. Und hier sind die zwei Fohlen. Ähm, die Mutter ist gerade nicht da. Die, das ist mein Pferd. Das ist die Angels. Ah, okay. Und da hinten, da sind die Shirehouse und die Ziege. Ah, danke, dass du mir den Hof gezeigt hast. Echt sehr nett. Ah, dann kann ich dir jetzt nochmal die Hofbesitzerin zeigen. Oh, das wäre nett. Oh, hey, Mom. Na, ihr? Ah, Danica, du bist da. Ja, ja. Ich bin heiler angekommen. So, also da ist meine Mama, die Hofbesitzerin, ähm, Caroline. Also, wir heißen alle mit Nachnamen Wunderherz. Also, du hast ja gesagt, Maya nicht. Das ist ja nur meine Freundin. Ähm, äh, ja, oh. Ähm, dann ist Kate. Die Kate ist meine Schwester. Und der Rest ist nicht meine Schwester. Also, ja. Die sind nur Mitglied vom Hof sozusagen. Also, meine Schwester ist Kate. Ah, okay. Sehr nett, dass du mir hier alles gezeigt hast. Immer gerne. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass du mal ein bisschen so gemerkt hast, dass ich nicht weiter konnte. Weil dieses blöde Ladegerät hat nicht weiter. Und dass ich dann so gemacht habe, weil ich merkte, oh, der Stall ist ja voll leer. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen. Ähm, nicht wundern, falls ich ein paar englische Fehler habe. Du musst selber meine Mutter fragen, was irgendwie Schulferde statt auf Englisch schießt. Ich glaube, Train Horses. Oder Train Horses. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, weil ich... Ich vergesse, was Stall heißt. Jedenfalls... Sorry, falls ich ein paar englische Rechtschreiber... Ähm, Rechtschreib... Ja, jedenfalls... Ähm, nicht so gut Englisch spreche und dann irgendwie so... Irgendwas auf Deutsch sage und dann auf einmal plötzlich... Ja, also... Danke fürs Anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Und ich wollte noch schnell eine Info geben. Und zwar... Immer bei Serien. Immer wenn Serien kommen... Dann... Ähm, mache ich kein Intro drauf. Weil die Serien dauern immer ganz lange. Also öfters sind die lange. Äh, und... Deswegen mache ich da keinen mehr ran. Und sorry, falls das Intro manchmal nicht bei ist. Sorry, sorry, sorry. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Danke fürs Anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Vielen Dank.